Ich brauche allerdings einen Spickzettel. Okay, es geht weiter mit Elisa Ullien Quartett. Das ist ein Quartett, das spielt so seit 2005 miteinander. Allerdings nicht so häufig, weil sämtliche Musiker sind in anderen Projekten dabei. Und Elisa selber spielt morgen nochmals mit einer anderen Gruppe. Was wollte ich noch sagen? Sie spielt mit Anna Höckberg, morgen Abend. Das ist jetzt ein Quartett von Schweden und zwar ist Elisa Ullien am Klavier. Mats Aleklind an der Posunen, Nils Ölmedal am Bass und Andreas Axelsson am Schlagzeug. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Applaus Musik Das war's. 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 Das war's.